Ich habe dir nicht gesagt, dass du nicht in das Dorf zurückgehen sollst? Neben mir sitzen meine zwei Brüder. Vertraust du ihnen? Natürlich. Vertraust du deiner Tochter? Sechs mal drei? Wie viel ist eins und eins? Trau dich einfach, sag irgendwas. Wie findest du meinen Sohn? Gefällt er dir? Er wirkt ernst. Mit der Zeit wirst auch du eines begreifen. Und zwar, dass ich hier der neue Kommandant bin. Denn ab jetzt gelten die Gesetze. Sie begehen einen großen Fehler, wenn Sie Aziz-Agarve ärgern. Eine Lehrerin ist hier unerwünscht. Eine Lehrerin? Oder nur eine, die alleinstehend ist? Gefällt dir Musik? Bis gehen. Ihn und ihn. Wie viele sind das? Ich weiß nur, meine Mutter plus mein Vater, dass er gibt zehn Kinder. Man sagt, du wärst mit der Lehrerin befreundet. Was ist dein Problem? Gumpet! ARD Text im Auftrag von Funk